Beim Sokernheit und bei der Familie Langer. Wer ist gut denn? Das ist ja ein Ding, das stimmt. Kommen Sie mal rein, mein Mann. Kommen Sie mal rein. Kommen Sie schon nachher sehen. Weihnachtsmann, Weihnachtsmann. Der Mann, der große Mann. Der liegt hier in deinen Sack. Wacke die Geschenke aus. Deine vielleicht. Nur liebe Kinder hier im Haus. Bin ich hier richtig in der Familie Langer? Ja. Und du bist ja super nett? Ja, jetzt hab ich meine Nachgeschütze. Ich war noch mit der Handposen. Ich muss gut riechen. Wer hat denn alles Geschenke von euch verdient? Wer war denn eigentlich artig? Ich war alle artig. Hallo. Habe ich aber was anderes gehört. Wer deine Eltern gesagt haben. Du warst nicht immer artig. Und wie sind deine schulischen Leistungen? Sie sind gut. Stimmt das, Mutter? Ich hab zwei Nummern in Deutsch. Nein, zwei in Deutsch. Aha. Und Musik? Ist dich da verbessert? Wir haben noch keine Menschen bekommen. Nein, du bist nicht auf dem neunsten Stein. Na, dann guck ich später nochmal durchs Fenster. Bist du nicht deinen Nachden? Ich gucke immer bei den Kindern durchs Fenster, ob die auch artig sind und das machen, was die Eltern sagen. Ja, macht immer schön arbeiten, alles Weihnachtsmann. Ich hab extra ein Lied gelernt. Und mal gucken hier, was die alles für Geschenke drin sind. Und einer von eurer Familie, die ihr was bekommt. Wir waren alle artig, wir waren alle besorgen. Ich war immer ganz artig. Ich wasche jeden Tag ab Weihnachtsmann. Ich wasche immer Apfel trocken ab. Wer ist denn Christina? Ja, ich nicht. Wo warst du auch immer artig? Kannst du auch ein Gedicht oder ein Lied aufsagen? Oder ein Lied singen? Ich kann mir ein Gedicht aufsagen. Niklas, Niklas an der Welt. Oh, reicht, das reicht. Das reicht. Das müssen wir aber noch ein bisschen üben. Bis zum nächsten Mal. Danke, danke. Was ist das denn hier? Das ist so voll. Super, Neid. Das ist für dich wohl. Ja. Kannst du denn ein Lied singen? Ja. Hast du irgendwas gelernt? Ein Gedicht? In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch machst du mancher Knick einer riesengroßen Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Oh, das hast du gut gemacht. Bitte schön. Danke schön. Jetzt geht es hier weiter. Was habe ich denn hier noch? Heftig ein bisschen mit. Oh, macht sie. Oh, hat sie noch so viel. Mutasuri, Ivan. Oh, Mutasuri. Hast du den auch immer artig? Nein? Nein? Oh, Antra Thorsten. Na? Wo ist der denn? Ich wollte gerade die andere, der kommt gleich wieder. Gibst du ihm das später? War der auch immer artig? Ja. Hast du einen guten Vater? Ja. Gut. Dann kriegt er auch rein. Was ist das denn? Oh, das ist ein guckescher. Der läuft hier ein anderes Kind. Kann ich das Geschenk auch machen? Ich mach nicht, warte mal. Oma Gisela. Oma Gisela war auch. Er ist du, ist das? Ich bin das, ja. Kannst du beten? Viel kann ich nicht. Ich kann nur beten. Das ist so das gleiche. Ist egal. Ist egal. Lieber guter Weihnachtsmann. Sieh mir nicht so böse an. Steck dir deine Mutter ein. Ich will auch immer artig sein. Na gut. Dankeschön. Bitteschön. Und wieder? Nee, das kann nicht sein. Du hast ja schon dein Geschenk, oder? Hier steht Zuffer nicht drauf. Wieder mal. Na, bitteschön. Du kannst ja tanzen. Na, mach mal. Den hab ich aber noch nicht am Nordfuhr gesehen. Was ist denn das für ein Tanz? Brennt dir ein Tanz. Oh, ein Stück Gerechtigkeit. Oh, ein Stück Gerechtigkeit. Kannst du dir noch mal vorlesen? Das kann doch nicht sein. Oma Gisela schon wieder? Die war ganz artig, lieber Weihnachten. Die kocht immer so schön für uns. Wir brauchen nichts machen. Die kocht so schön für uns. Und macht die Wäsche für uns. Sie pülen. Die macht alles für uns. Ich wusste nichts mehr. 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 Hier, lies mir mal vor. Meine Brille ist schon ganz beschlagen. Marco. Marco war auch artig. Das ist der große Tag. Warst du auch immer artig? Jawoll. Und? Kannst du auch ein Lied singen? Natürlich doch. Was denn? Oh Tannenbaum. Oh Tannenbaum. Oh Tannenbaum. Oh Tannenbaum. Der wird ein Lied. Ich braue hier. Oh. Oh. Das ist gefährlich. Super nach. Hier runter fallen lassen. Hier hole ich den Kinder. Hier. Hier ist noch weiß. Hier ist noch weiß. Hier ist nochmal Suche geworden. Wieso kriegt ihr denn alle doppelt Geschenke? Ich hab noch Bordeschmeister, ich war auch artig. Ah, du hast ja schon gesungen. Danke. Ich hab noch Bordeschmeister, ich bin auch artig. Da ist was für dich, das stimmt. Ja, ich bin auch immer artig. Ich bin ganz artig, ich bin ganz artig. Ich mach alles. Hier, hier. Oh, Weihnachten. Torsten. Wer ist das denn? Das ist dein Vater? Ja. Gefahrt jetzt zum dritten Mal. Was ist denn hier für ein schweres Geschenk? Oh, das ist ein Bier. Oh, ein Bier. Wir trinken kein Bier. Oh, oh, oh. Super, Nat. Opa. Opa, hier, Opa. Super, Nat. Gehst du da wohl Pfund? Den Sack, den leere ich raus. Das ist hier für Opa. Bist du das? Oh, ja, bin ich. Und? Ich will immer artig gewinnen. Oh, ich mach ganz viel. Ich mach ganz viel. Ich mach ganz viel. Ich mach ganz viel. Oh, oh, oh. Hast du aber Glück gehabt? Oh, ja, ja, ja. Ich will mich besser an nichts. Dann mach ich noch viel mehr. Dann mach ich ganz viel mehr. Dann mach ich ganz viel mehr. Dass es nicht so viel mit der Rute gibt. Ja, ja, ja. Krieg mich mal schon dort. Kannst du ein Gedicht aufsagen? Oder ein Lied singen? Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Ich grüße deine Blätter. Du grüßt dich nur in Winterzeit. Dann auch noch mal wenn du schnallst. Na gut, das reicht. Oh, Gott. Wir können die da verkehrt. Ich schüttel schon wieder. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Oh, nochmal Opa Hartmut. Oh, nochmal Opa Hartmut. Das kann doch ruhig nicht wahr sein. Ja, weil ich irgendwie beinartig war. Na, das ist persönlich von mir. Oh, das ist ja der gleiche. Persönlich von Weihnachtsmäumen. Der gleiche Weihnachtsmäumen. Das ist ja der Weihnachtsmäumen. Das ist ja der Weihnachtsmäumen. Oh, jetzt sind wir endlich fertig. Ja, hier ist noch weiß. Hier ist noch weiß. Hier steht kein... Hier steht ja gar kein Name drauf. Die Oma lesen wir wieder. Hätte ich das für ein anderes Kind? Na nein. Hätte ich das für ein anderes Kind sein können. Ich zeige das mir nochmal. Scheint ein Kinderspiel zu sein. Wir haben ja hier nur noch ein Kind. bitteschön jetzt bin ich leer und jetzt will ich euch noch mal alle zusammen singen hören ein weihnachtslied und eine komische frage gib mir mal den sack wieder zurück sonst kommst du hier gleich rein dann nehme ich dich mit ich kann Jingle Bell, Jingle Bell, lalalala, 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 hallöchen, alles schön. He, Jingle Bell, Jingle Bell, Schlitten, fahr im Schnee, durch den weißen Winterwald über zugefrorenen See, he, Jingle Bell, Jingle Bell, Pony laufen schnell, denn am Winterteil bleibt es nicht so lange, he. Oh, das war gut. Mit Singern war es schon nicht so gut. Jetzt musst du vorher mit uns üben. So, dann werde ich mal weitergehen in der Hardenbergstraße. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachten und frohes Fest. Danke, lieber Weihnachtsmann. Tschüss. Danke, lieber Weihnachtsmann.